Also, wie war's heute am Strand, Kumpel? Hast du die Flagge erwischt? Er schafft es tatsächlich! Nein, hat mich geirrt. Mike, kann ich surfen? Halt doch die Krabbe! Mein Dad und mein Opa reden nicht miteinander. Meine Mom will, dass sie sich wieder versöhnen. Dein Opa ist ein Teil dieser Familie und deswegen geben wir einfach nicht auf, verstehst du? Scott, wir fliegen wieder zum Mond! Wir werden von den alten Astronauten trainiert. Ich dachte, die Dinosaurier wären alle ausgestorben. Ich wette, einer von denen kommt bestimmt nicht. Bei der letzten Mondmission sollte mein Opa dabei sein. Doch irgendwas ist passiert. Es muss einen Weg geben, die beiden zu versöhnen. Dann tu doch mal was! Also, ich hab nichts angefasst. Du hast es doch geschafft, die beiden wieder zusammenzubringen. Yeah! Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber ich werd's tun. Ich fliege zum Mond! Alter, zum Mond geht's in die Richtung. Ich stecke fest! Geht nur ohne mich. Ich opfere mich für unsere Mission. Danke, Mann. Ihr lasst mich einfach hängen? Um dich in die Rakete zu schleichen, brauchst du Zugang zur Startwampel. Was habt ihr beiden hier verloren? Wer ist bei dir? Dein Sohn und seine Freundin. Was? Sie ist nicht meine Freundin. Ich hab noch nie eine Freundin gehabt. Das wird der Hammer. Die Rakete wurde schon gestartet. Was habt ihr nur getan? Oh, oh! Also los, Kinder. Wir haben eine Mission. Ja, klar. Nur Freunde. Ja!